Sind wir wieder mit einer neuen Folge von Vollcontent. Ich bin sehr gespannt, was mich diese Woche erwartet. Es wird eine Mischung zwischen Fiebertraum, ultra lustig und what the fuck ist da gerade passiert. Von daher, reingeht's, nicht lang schnacken und wir starten mit Maluna. Ist Wasser kriegst du keinen Schaden, oder? Wenn wir das benutzen, ist es kein Schaden. Schön. Tada! Hallo! Wie geht's wirklich gut? Wie geht's dir? Das übrige Halt, das übrige Halt, oh. Und so, was geht ab? Bei dir so? Ja, ich bin heute auch ein bisschen cozy. So, was passiert jetzt? Nächster Fiebertraum. I booked a really nice cave and I invited 16 YouTubers and Elon Musk's ass. Ja, man! And also, I rented a Lamborghini and then I destroyed the Lamborghini and I killed PewDiePie. I killed him. Nächster Fiebertraum. Das hört ja gar nicht auf. Oh mein Gott! What's the heck? I hallo YouTube, was geht? Was ist das hier? Voll content! Can I get it higher? Higher? Was würdest du dir sagen, Chat? Auf einer Skala von 1 bis Uwo? Schon ziemlich Uwo. Arre, arre. Ist eher, oder? Ja, dann... Geh mal, jetzt mach ich dich ein, äh... Vorjuhu? Äh... Augenkontakt halten, Pacing erhöhen. Oh, ja! Ich möchte auch ne Massage bekommen. Ist mir egal, ob live on streamen oder nicht. Guten Tag, wie geht's? Bist du gerade live? Ja, ich bin gerade live. Kommt rein. Äh, das ist die Evil Jared. Hallo Evil Jared. Guten Tag. So, was spielen wir mit? Ich bin ein Detektiv. Und was macht ihr? Jetzt gleich, weil wir mal ein bisschen wrestling werden. Wir gehen mal weiter. Gut, viel Spaß euch. Tschüsschen. Bye-bye. Erinnert ihr euch an das Wasserdlas, was hier stand? LOL. Das war meins. Er hat's mir einfach weggenommen. Evil Jared geht in andere Streams, um sich dort durchzuschnoren. Jetzt habt das. Da habt ihr es live gesehen, Chat. Ne? Nur mal so zur Info. Gucken wir in meine Richtung. Runter. Ganz weit runter. Runter, 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 runter. Weiter, viel weiter. Es ist wirklich, der Punkt ist ganz unten. Okay, ganz kleines Stück hoch. Noch ein Stück. Stück weiter. Jetzt schneller. Darlow, du glückest du wein. Wofür? Was für ein Arsch. Wirklich. Willst du einen Body? Dann musst du bohren. Oh, das war sogar Doppel-Cringe. Astmull. So ein Astmull wütend ist, hält ihn nichts mehr auf. Oh mein Gott. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus nackter, verschrumpelter Penis und Aster. Das macht das Ganze noch verstörender. Aber es hat irgendwas. Also der Blick passt halt auch zum nackten, verstörenden Penis. Ich sag's nur. Wo ist das Ding zum Kartoffeln schälen? Deine Mutter ist nicht da. Alles ist ein Schlo. Warum? Ich muss mir sagen, ich fühle mich relativ sicher. Da ich jetzt eine Waffe habe. Was will mich eigentlich, also was will mir irgendjemand antun? Ich habe eine Waffe. Was für ein Feuerzeug? Ich wusste, dass irgendwas mit Kata nicht stimmt. Es gab genügend Warnhinweise, aber ich wollte es nicht glauben. Jetzt habe ich es gesehen. Ich habe alles gesehen. Kata ist am Ende. Ja. Okay, was brauchen wir? Yellow, white, blue, alles. Alles klar, let's go. Hä? Keiner beachtet mich. Oh shit, was hier passiert? Nein! Meine Freundin ist gestorben. Ich bin Single. Kati, was machst du heute Abend? Nicht im Ernst. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Oben links. Fertig. Und jetzt ist die Frage, brauche ich jetzt dieses Kissen mit einer Anime-Figur drauf gemalt, die extrem große Titten hat? Ja! Brüste! Brüste! Geil! Ich habe am Montag und am Dienstag meine zwei Gammeltage. Gammeltage. An den zwei Gammeltagen nächste Woche mache ich mir Dino-Nuggets. Dann mache ich mir einen Chocolate-Chip-Rappuccino. Ich baller mir Cookies rein und ich werde mich nicht bewegen. Geil. Ja, geil. Ich gönne dir, Girl. Ich hatte die Dino-Nuggets mit dem Kartoffelbrei auch gemacht und alles, aber ich habe den Brokkoli weggelassen für die Bäumchen. Das war mir dann zu gesund. Das wollte ich dann auch wieder nicht. Oh cool, du hast eine viel coolere Waffe. Ja, ne? Zehn Jahre mache ich irgendeine Scheiße. Guck mal, hast du auch mit dabei? Ich würde, dass du mich Sir nennst. Anastasia. Mr. Grey. Sir. Also mal ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, was ich gemacht habe. Hat der Fifty Shades of Grey gelesen oder gesehen und übernimmt das gerade? Das tut ihm nicht gut. Oh, mein Leben legt sich das wieder auf. Was ist das? Was fasst der mich an? Was ist das für ein Move? Warte, der fängt dich ja komplett auseinander. Warte. Bro, steh auf. Den habe ich. Nein. Er ist so dumm. Komm, Sarah. Bitte. Ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe. Ich sterbe. Ich habe mich gerade so erschrocken. Wie sieht Jay nochmal aus? Der war die Mariachi-Band, ne? Ja. Was macht Sonja eigentlich in so einer Runde? Ich beobachte jetzt mal Sonja. Matteo! Hat der mal mein Schraubenzieher in seinem Po gehabt? Was? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Sowas würde ich auch mal gerne machen. Einfach mit so einem riesigen, also mit so einem extra Magneten ab einfach den ganzen Bums in den See reinhalten und mal gucken, was rauskommt. Ich glaube, es wäre sehr interessant. Ich glaube, da kommt von Sexpuppe bis Auto bis Tresor ist in Berlin alles möglich. Und frag mich nicht, warum diese Sexpuppe magnetisch ist. Aber in Berlin ist alles möglich. Ich bin... Ich habe geparkt. Ich habe geparkt. Man muss doch erst mal zum Auto gehen mit den Füßen. Das merkt man doch eigentlich schon, oder? Ach, das ist mir noch nie passiert. Ich will dir ins Gesicht boxen. Ich fühle mich so angesprochen. Halt die Fresse. Aber hast du eigentlich ein Hotel hier, oder wie machst du das? Ich finde diese Frage sehr seltsam und würde mich gerne enthalten. Warum hast du denn ein Mess? Ich bin nicht in die Gau. Das war nicht. Der war, glaube ich, nicht Blink. Wie? Loll! Das macht keinen Spaß mit der Dardo-Karte. Der kommt rein, weiß instant, dass er Traitor ist, sticht so zwei ab und die letzten beiden, die er noch vor sich hat, mit den spielt er die ganze restliche Runde lang. Bis er irgendwann mal einen coolen Move droppen kann. Ja, wo ist das C4? Weil da ist ein Zünder bei dir. Okay. Was passiert, wenn sie das C4 hat und man auf das C4 schießt? Geht das dann in die Luft? Ich drück den Klapp, wenn ihr mich tötet. Nein, oder? Guck mal. Meine Hülle. Oh, gleich kommt noch eine Reise. Ich würde gerne diese Hülle haben, ich bin ehrlich. ...unternehmen, Freundchen. Let's walk back to the station. Die dürfen das und ich nicht? Ich will auch. Was hältst du eigentlich von Tierschutz? Tiere sind unsere Freunde und Wegbegleiter. Oh nein, Tobi, guck mal, wie ängstlich sie sich da in die Ecke drücken. Wie gruselig die aussehen. So. Manchmal müssen Schweine gehen. Das Leben ist manchmal hart. Aber dafür seid ihr hier. Ich mach euch hart. Jetzt kommt mir nicht mit irgendwelchen Peniswitzen. Jetzt kommt mir nicht mit Peniswitzen um die Ecke. Flo sah gerade aus, als ob du einen Giant Cock lutscht gerade. Ja, das stimmt. Harta Penis. Ja, es war ein mega fetter Dildo. Alter, was machen die denn alle für Content? Die sind alle so sexuell geworden. So wirkst du mir hier family-friendly, ihr kleinen Bitches. So, glaubt ihr mir jetzt, wenn ich euch sage, dass ich lieb, nett und unschuldig bin, dass das stimmt. Nach diesem Zusammenschnitt, das geht als Beweis durch. Ihr braucht mir nicht mehr damit ankommen, von wegen lieb, nett und unschuldig. Nee, 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 nee. Das Unkannst du mal schön streichen. Nee, 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 nee. So, nach dem Zusammenschnitt ist klar, dass ich hier wirklich, ich, ich bin, ich, ich bin die Jungfrau Maria. So, so sieht's aus. Ich bin hier anständig, bei mir gibt's Qualitätscontent. Hier werden keine Peniswitze gemacht und wir sind niemals zwölf. So. Weit vorne. Warum dreht sie die Kamera? Ich bin Erster. Nein, ich bin Erster. Nein, ich bin Erster, ich bin Gelb. Ich bin Gelb. Was passiert denn jetzt? Sind wir nicht Spieler 1 und 2? Hä, wer sind wir denn jetzt? Ja, also 2. Digga, wir müssen noch weiter. Wann, bei mir geht's? Doch, Schwämmer. Du bist 2. Es gibt so eine übertrieben krasse Erfindung. Boah, Chad, wie heißt das Ding denn? Soft, bewegsam, beweglich, man kann's nass machen, es trocknet auch wieder. Bruder ist eine richtige Scheißidee. Ehefrau. Alter, mit dem verbringe ich die nächste Woche. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, Alter. Also daran ist ja alles schlimm. An der Aussage. Matteo, entschuldige, entschuldige dich nicht bei mir. Was hat sie denn gemacht? Mich getötet in der anderen Runde. Ich musste. Ja, aber war ja ihr Job. Das war ja ihr Job. Sie hat alles richtig gemacht. Ich habe mich gezwungen. Dann seid doch zusammen und küsst euch. Warte mal, brauchen wir für die Gemüsebrühe, Gemüsebrühe. Liebste. Oh ne, jetzt gegen Dalu. Ach, nö. Wie soll ich das denn gewinnen gegen Dalu-Card? Der Jäger legt auf der Lauer. Er sucht die Bergkipfel ab. Er ist auf Wustan. Und sieht. Leiser. Kann man von rechts was? Nein. Ah! Ja! Noll! Glückwunsch! Noll! 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 Ich könnte mein Mikro deaktivieren und Flo's Gewissen spielen. Du kannst spiel Minesweeper. Minesweeper. Ich muss Minesweeper spielen. Ja, Minesweeper. Wenn ihr jetzt offline geht, dann könnt ihr mich raiden. Super, top. Raid kommt. Ich habe einen Milchbaum mit SCH, oder? Ja. Du hast Jenny einen falsch ausgesprochen. Der Streamtitel von Milchbaum. Wieder Single. Ciao, Matteo. Gebe Loch. Da bin ich mal gespannt, wie viele Rates hier jetzt reinkommen. Ich schicke euch zu Salzy rüber. Ich schicke euch einmal zu Salzy rüber. Dann raten wir kurz Salzy. Es läuft bei mir. So, hat seit 10 Minuten keiner gelacht. Wie sieht es aus? Ja, ab auf. Der Spaß ist jetzt vorbei. Kann man auf jeden Fall mal wieder ein Däumchen dalassen? Bye, bye. Have a great time. Das war wieder großartig. Dankeschön für diese Folge. Daumen hoch dalassen. Abonnieren. Kommentieren. Wenn ihr das nicht tut, dann komme ich persönlich bei euch zu Hause vorbei. Und ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber ich werde euch so richtig auf den Sack gehen. Und das wollt ihr nicht. War eine großartige Folge. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. 09